17. Mai 2018 21.58 Lars Unnerstahl wechselt nach Eindhoven. Der niederländische Fußballmeister PSV Eindhoven hat den früheren Schalker Bundesliga-Torwart Lars Unnerstahl vom Liga-Kontrahenten VVV Venno verpflichtet. Der 27-Jährige kommt ablösefrei, allerdings erst 2019 nach Eindhoven. In der kommenden Saison wird Unnerstahl an Venno ausgeliehen. Unnerstahl war im vergangenen Sommer von Fortuna Düsseldorf über die Grenze nach Venno gewechselt und trug mit starken Leistungen zum Klassenerhalt des Aufsteigers bei. Für Schalke 04 hatte Unnerstahl in den Saisons 2011-12. und 2012-13. insgesamt 34 Bundesligaspiele absolviert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017-2014. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017-2014.